Sag mir, dass du Fortschritte machst. Die ganze Insel leidet schon unter diesem Rom. Kein Wunder, so wie sich diese Probe verhält. Ich hab noch nie eine so schnelle Zellteilung gesehen. Wow! Das könnte jetzt wirklich ein Problem sein. Das ist nicht das Ende. Ich muss das irgendwie aufhalten. Lade Realität 659. Das ist nicht das Ende.